Nein, das ist auf jeden Fall kein Fluch. Das ist ja eigentlich gut, wenn man viele Positionen spielen kann. Wobei es natürlich auch manchmal schön ist, wenn man sich auf eine Position ein bisschen einspielen kann. Aber ich denke, dass ich die Position insgesamt ganz gut gespielt habe. Das ist auf jeden Fall kein Fluch. Was ist meine Lieblingsposition? Ich denke, dass ich mich auch in Zukunft eher in der Zentralen sehe, weil ich da am besten meine Stärken ausspielen kann. Ich habe die letzten zwei Jahre rechts und links im Mittelfeld gespielt, in Nürnberg teilweise vorher auch. Also kann ich das auch und es hat mir auch Spaß gemacht diese Saison. Aber ich denke, wenn ich auf eine Lieblingsposition angesprochen werde, dann eher zentral. Ich habe immer schon gesagt, dass es mir hier eigentlich gefällt. Ich hatte jetzt zwei schöne und auch erfolgreiche Jahre hier. Und ich merke auch, dass der Verein auf mich setzt, auch der Trainer. Und da möchte ich einfach nächste Saison wieder eine tragende Rolle spielen, dass wir auch eine richtig gute Saison spielen können oder wieder erfolgreich sind. Und ja, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, meinen Vertrag nochmal zu verlängern.